Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sherlock Holmes. Oh Gott, es ist ein interessanter Fall. Let's take a closer look. It is not a thread, but a hair. I very much doubt that it is human. I need to compare this sample with a human hair and a horse hair. Hmm, a shaving brush is usually made from horse hair. Watson, could you please pass me your shaving brush? Here you are. Watson, look, what's outside the window? Well, I don't see anything. Ouch, Holmes. Oh, don't make such a fuss, one little hair. Ha 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 ha, guy. Human hair is significantly thinner than the black sample. The horse hair is thinner than the hair that we found. So, this black hair belongs to an animal and it is larger than a horse. A hair from a large and exotic animal. Elefant. 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 Es ist immer noch alles rot. Erfant. 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 Ja, genau so, wusste ich es doch. Das heißt, bitten Sie bei der Suche, wir gehen um Hilfe. Wiggi, Wiggi, Wiggins. Erinnert mich an die Simpsons mit den Wiggins. Ist der Polizist so? Ich glaube. Ich mag den Bullen nicht. Ich weiß, Wiggins. Wir haben gut, Wiggins. Wir haben gut, Wiggins. Die Investigation hat sehr interessant, so far. Wir haben Facts und Details, das confirm Ihre Bruder's Innocen. Ich wusste es, Herr Wiggins. Aber für jetzt, Wiggins, wir brauchen Ihre Hilfe. Ich muss, Herr Wiggins. Ich muss, Herr Wiggins, ein Circus, das in London hat gehalten. Es muss sich auf einmal eine Exzotik-Animale sein. Eine sehr große Einige. Du kannst auf mich, Herr Wiggins. Ja. Ja. Sehr früh beschreibt auch momentan die Situation. Wiggins. 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 Und hier ist ein junger Indian Elephant, der Highlight der Show. Duval Brothers, ein sehr guter Travelling Circus derzeit in London ist. Ich glaube, das ist genau das Typ der Circus wir suchen. Ich werde es ein Besuch. Ah. Und? Wir haben gut so far. Hey, you. Stop right there. Good morning, Sir. Pardon me, but why am I not allowed to walk around here? Because it's private. Well, I only wanted to meet the Artists. Hm? You're wanting to apply for... Nah. You don't look like the type of artistic lockpicker that we're looking for. You might be surprised. What? There. I don't think so. Clear off. Barely I respect the Ian streets Ernsthaft? Ich darf wieder in die Baker Street fahren. Dieses Hin und Her gefahren nervt mich gerade ein bisschen. Und dann schau dir schon mal auf, Kann ich ja nur so gehen. Oh, komm schon, Mann. Oder ein Bart. Dann geh doch wenigstens zurück. Untertitelung von ZDF, 2020 I better wear a shabby hat Stay where you are what are you doing here and where is Sherlock Holmes calm down Watson take deep breaths now it's me thank God Holmes I can't get used to your disguises thank you Watson that means I am ready to go a map of London hey this canyon wash get over you what's your night my name is Nigel I'm here to open the locks talented I let's see go inside a marquee show yourself to Charles Foley and I'd highly advise you not to trick him I've got it Wow der Zirkus ist ganz schön schäbig wir haben hier gar nichts zu bieten die haben hier gar nichts zu bieten wo sind die Tiere der ist ja total runtergekommen hey so everything is here just as you asked and what about the money some of the barrels are wet transportation issues it couldn't be helped whatever we'll be here after midnight to pick up the supplies I want to be paid first no you'll be paid after we make the transfer as I said right I hope that no one saw you the police are on the lookout of course not I'm a professional glad to hear it be ready for tonight then okay okay there is a spot on this barrel that was intentionally painted out this wooden barrel is damaged it is difficult to say what is inside it is difficult to say what is inside judging by the fractions and the scent I can confirm that it is in fact gunpowder the barrels are roughly clustered it seems as though they were brought here in a hurry from lambs into lions those are words of encouragement and defiance that's a picture of a contemporary gentleman wearing a robin hood hat interesting this poster was clearly made to fire up rebellion amongst the people okay hmm there are enough posters to paste across half of London's walls that is clear this printing press is old but still quite capable of printing hundreds of pages per day hmm powder kegs a printing press and a great many blank papers all of this was stolen by the merry men quite recently and these poster samples I am quite sure it is not a coincidence the merry men are planning some sort of sabotage stop right here who are you are you Charles Foley maybe they say that I can open any door do they now we'll see that lock near the chains on the table over there open that gerne doch du pümmelbexado pümmelbexado it's the same it's it's you don't you you do you Irgendwo ist noch was. Aber wo? Ah, hier. Hier, Schloss. Ja, jetzt wird der ganze Bier in die Kanteilung geftet. Wenn ich jetzt hier, kaste mich an, um durch die Kanteilung zu verabschieden gehen. Jetzt ist es, dass ich nun meinen Riesen Koch mache. Schöne und dann noch mal eine Kanteilung! Sollte es dauert mir zu lange wir werden das schluss knacken aber in der nächsten folge beenden ich hoffe es hat euch immer gefallen wenn ihr das da oben da das kommentare da und ich hoffe wir sehen uns im nächsten video bis dann bleibt uns bald nächsten tag bye bye und